Hallihallo und ein herzliches Willkommen. Hier hast du nun die Möglichkeit mitzumachen bei einer Augenübung. Und zwar nehmen wir einfach die Fingerspitzen zusammen als Fokuspunkt und wir legen sie in die Mitte, drehen die Hände und gehen nach oben und unten. Also wir folgen jetzt mit der Aufmerksamkeit nach oben, nach unten. So weit wie du es noch wahrnehmen kannst, geh mit den Händen und jetzt fokussiere dich komplett ganz auf eine Hand. Nehmen wir die obere zuerst, der Kopf bleibt gerade, Augenschau nach oben und jetzt nach unten. Augenschau nach oben, ruhig atmen dabei, entspannt bleiben und nach unten. Aufmerksamkeit nach oben schauen und nach unten schauen. Mal kurz in die Mitte kommen, die Hände mal wechseln, linke Hand nach oben, rechte nach unten. Jetzt mal probieren, ob die Hände noch weiter auseinander gehen können, um dein Sichtfeld noch mehr zu erweitern. Und wir schauen mit der Hand, mit den Augen nach oben und nach unten. Nach oben und nach unten und nach oben und nach unten kommen wieder in die Mitte. Für die abschließende Entspannung in dieser Übung können wir mal noch die Hände reiben und legen diese dann für die völlige Entspannung der Augen die Hände auf die Augen, sodass die Handflächen die Augen nicht berühren, sodass eine Höhle ist und die Augen die Dunkelheit genießen. Man nennt es auch Palmieren und allein in dieser Übung steckt so was von viel Kraft und heilsame Harmonisierung und Regeneration für die Augen, dass man doch auch diese Übung schon alleine mit dem Palmieren im Alltag immer wieder ausführen kann, um die Augen zu entspannen, um zur Ruhe zu kommen und zu entspannen. Genieße die Musik, die unterlegt ist mit speziellen Frequenzen von Dr. Rive. Es sind spezielle Augenregenerationsfrequenzen, die das Ganze, was wir hier machen, nochmal unterstützen und sich dadurch eine Synergie ergibt, die sehr stark ist und sehr regenerativ. Genieße es, atme ein und atme aus, lege nochmal die Hände auf den Bauch und atme entspannt. Ich danke dir für die Teilnahme. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.